So sollte reichen. Perque Ridi? Vergebt mir. Es ist schön, eine solche persönliche und edle Leidenschaft zu sehen. Sehr inspirierend. Guter Gott, wo kommt das denn jetzt her? Grazie, Sophia. Ich komme zurück. Sowieso. Scheiße, nein, er kann es nicht lassen. Dauer ein... Ey, oh. Yo, volle Synchronisation erreicht. Ist das für den Buchlein dieses Geräusch oder weil sowas wie fragmentmäßiges in der Nähe ist? Diese verwirrenden Songs für die Fragmente etc. Witz. Hagio Sophia kaufen. Woher nehme ich denn bitte das Geld? Boah. Ich muss kurzzeitig gehen. Ich bin viel zu müde. 6 Stunden Schlaf reichen wohl gar nicht. Hör mal, ich bin jetzt einmal rumgelaufen. Wo muss ich denn hier rein? Oben rum oder was? Ich glaube, ob es nur einen leichten Schaden hat, weiß ich, Leute. Jetzt sind doch nicht alle beisammen, weiß ich. Hör mal, wo muss ich denn hier rein? Scheiße, nein. Hoch. Noch höher. Oh, andersrum. Andersrum. Oh, da habe ich Duccio wieder getroffen, ey. Er hat da versucht, wieder jemand anderen zu verführen. Was ein Arschloch. Schon damals aus dem Maul gekriegt, weil er meine Schwester angepackt hat. Ich weiß nicht, ich wusste jetzt nicht immer ihren Namen. Krank, ne? Jetzt ist meine Schwester, wie hieß die nochmal? Wie hieß die nochmal? Ich komme ehrlich gar nicht gerade drauf. Hä? Warum ist denn hier bitte? Zeichen und Symbole, Teil 1. Niccolo Polo hat ein Buch in der Nähe der Hagia Sophia versteckt, das Hinweise zum Versteck eines Masseaf-Schlüssels enthält. Benutzen Sie die Polo-Symbole, um es zu entdecken. Okay, keine Symbole, voll Lösung. Da! Ich bin in den Busch gelandet. Eigentlich wollte ich ja meinen Fallschirm nutzen. Ah, da werde ich mal anders entspannen. Oh. Sarkasse. Oh! Oh, Ezio, ey. Zu alt für ein Assassinenmeister. Ich finde immer noch, ein Assassinenmeister sollte jung sein. So alter-E-Mäßig. Mit 24, was wir da gesehen haben. Ja, wir sind jetzt hier. Und jetzt? Eine Klappe? Staubig. Aha, okay. Das war ja einfach. Ha! Galater-Turm freigeschaltet. Wie freigeschaltet? Was ist denn da freigeschaltet? Ja, ich muss da hinten rennen. Rennen, hin, hin, hinrennen. Nicht rennen, hinrennen. Boah. Oh, ich hab viel Geld im Tresor. Dann sollte ich mir mal wieder was Neues kaufen. Vor allem mein Schwert, diesen florentischen Malcus da. Hör mal, ich führe mich in meinem Alter auf, wie ich will. Oh, dass diese elenden... ...Konstantinopel-Typen mich immer noch... ...als alt sehen. So alt bin ich gar nicht. Hör mal, ich bin alt, weise und... ...Komische Vorstellung. Übermächtig, aus dem Weg. Vergebt mir meine Unbedeutsamkeit. Ha! Nö! Du bist unbedeutsam, das... ...ist schon ein Grund allein, dich wegzustoßen. Vergebt mir meine Unbedeutsamkeit. Warnung, Sperrgebiet, das ist mir egal. Ich mach jetzt den Turm hier. Wo ist er denn? Ich weiß, was das ist. Ne, hier sind mir zu viele Janitscharen. Das ist nicht gut für mich. Janitscharen krieg ich nicht kaputt. Zu wenig Rüstung dafür. Wir wollen's ja nicht übertreiben und noch. Wie hab ich das nochmal gemacht? Wollen und dann weiter rennen. Oh, eine Seilrutsche. Nein! Ich helfe dir, warte, warte. Ich helfe dir schon. Ich helfe dir, warte, warte, warte. Du bist schlecht. Du kannst trotzdem Assassin werden. Auch wenn du so schlecht bist. Kämpft für eine ehrenvolle Sache, Arkadashin. Nicht nur ums Überleben. Wenn ich anderen helfen kann, so wie ihr mir helft, dann könnt ihr auf mich zählen. Ja, du siehst genauso aus wie der andere Typ vor dem anderen Typen. Und ich hab das Gefühl, als du sagst, wieder immer das Gleiche. Das ist Schwarzmarkthändler. Hey! Kannst du gerne tun. Du weißt aber, dass ich dann komme und dich holen werde. Wird seit Knoppels Einkommen gesteigert. Jetzt brauch ich noch eine Bank und ich hoffe... Ich habe sicherlich genau das, was ihr braucht. Ja, die Bank ist nicht renoviert. Das sehe ich. Super. Ich brauche eine renovierte Bank. Nur zuschauter und seine stolzen Bürger... Lass das bitte. Wenn ich volles... Lammblut. Hör mal, ich brauche kein Lammblut. Ich brauche richtig gierig Geld. Hör mal, der predigt schon wieder über mich. Ich jage meine Anhänger nicht durch die Straßen. Nochmal komme ich nicht. Beim nächsten Mal tötte ich dich. Jetzt gucke ich genau auf die K... Ey! Was ist das denn gewesen? Diese verrückten Mörder sind und treiben verrückte Mörder. Wer immer diese verrückten Assassinen sein mögen. Sie zerreißen den friedlichen Teppich unserer Stadt im Vorbeigehen und hinterlassen nur Mühsal auf ihrem Paar. Für kalte Mörder wie die Assassinen gibt es nur ein Gesetz. Das Gesetz Gottes. Ich hab dir gesagt, ich bring dich um, wenn du das nochmal machst. Aber du wolltest ja nicht auf mich hören. Du meintest ja, macht er ja eh nicht und so alles. Er tötet keine Zivilisten. Die, die mir im Weg stehen, tötet ich auch, wenn sie Zivilisten sind. Kannst du nicht gebrauchen, wenn mir jemand im Weg steht. Was? Ich wollte da eigentlich mal eine Karte haben. Karte zugreifen, die nächste Bank. Was ist das denn da? Jetzt, wo wir gerade schon in der Nähe sind. Das wollte ich ja in den letzten Folgen schon machen, aber da war ich immer zu weit weg und jetzt sind wir ja relativ in der Nähe. Da kann ich mir das Datenfragment eben holen. Oh, und es liegt sogar im Jani- Scharen. Ach, du Kacke. Da will ich nicht hin. Um es verrecken will ich da nicht hin. Warum muss das denn ausgerechnet da sein? Kack. Kack, Dreck. Du crazy motherfucker. Ist online. Oh, Felix. Komm mitten rein hier, wenn ich am Aufnehmen bin. Ein bisschen schreibst du mich nur an. Hoffe nicht. Hoffe nicht. Hoffe nicht, ey. Jetzt wird es erst interessant. Weil jetzt bin ich nochmal im Bereich, wo es noch röter ist. Gibt es das überhaupt noch röter? Komm mal, ja. Komm mal, komm mal, ja. Ja, da hinten. Wo ist es? Ja, wo ist es denn? Da ist es. Mit Skill. Like Pro. Meins. Skill. Warum leuchtet eigentlich dieser Assassinen-Gedönster so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Zu hoch. Das ist auch zu hoch gewesen. Nee, doch nicht. Ging noch. Ist alles noch im Bereich... Das mögliche. Hör mal, ich will jetzt nicht darüber schwimmen. Ist mir ein bisschen weit, oder? Ja doch. Das ist ein bisschen weit. Zum Schwimmen. Guck ich lieber, ob ich hier ein Boot finde, oder nämlich so ein Typen, der mich darüber bringt. Oh, oh, oh. Da ist noch eine Truhe. Ich hoffe mal, da ist Geld drin. Denn Geld kann ich gerade richtig gebrauchen. Geld, 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 und ich kriege hier nur Schwefel. Ich brauch Geld, bekomm aber nur diesen Schwefel. Anscheinend ist ja ein Stegen keiner, der mich mitnehmen kann. Anscheinend gibt es hier auch Bootmangel irgendwie. Also, so bewegliche Boote. Da hinten ist er. Hör mal, du musst mich mitnehmen. Du Typ. Du Typ. Nee. Außenrum habe ich keinen Bock. Ja, ist klar. Und dann ist hier das Boot, oder was? Wieviel muss ich denn bezahlen? Gar nicht zu gut. Dann machen wir doch doch das mal eben. Geht eben viel schneller, als wenn ich das selber hinrudern würde. Was ist das? Truhe. Die habe ich doch schon mal ausgeräumt. Da ist doch bestimmt die Lammblut drin. Ja, aber klar. Was will ich mit dem Lammblut? Ich kann es geschmeidig. Das ist es. Das könnte es sein. Ich sehe besser nach. zum restlichen Pöbel. Arschloch. Geh runter zum restlichen Pöbel. Sein Arsch. So redet man nicht. Oh, oh, oh. Da hinten ist Datenfragment. Wuhu. Noch eins. Dann kann ich eine Ezios Reise machen. Ich glaube, eine kann man schon... Ich meine, eine kann man schon ab fünf Datenfragmenten machen. und... Und eine andere ab zehn. Auf jeden Fall werde ich... Ja. Ne, ne, ne. Ich bleib noch ein bisschen hier. Ich mach die... Ich mach die Ezios Reisen. Ich mach die